Hallo du Liebe, Hallo du Liebe und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich dir gerne einmal den Workshop vorstellen Moneymagic und für wen dieser Workshop ist. Davor hatte ich ja das Video mit den Finanzen veröffentlicht und da ich ja immer eben mit denen da oben zusammenarbeite oder ich sozusagen als Kanal diene, hatte ich das eben auch durchbekommen so einen Workshop zu erstellen, zu kreieren mit denen da oben zusammen sozusagen. Und genau ich stelle dir einmal kurz vor, also erstmal fahren wir an für wen ist der Workshop natürlich auch worum geht es da und alle weiteren Informationen. Also der Workshop findet am Sonntagabend statt, den 10.12. um 20 Uhr, also erstmal dazu. Via Zoom findet der statt. Du musst natürlich nicht deine Kamera anmachen, du musst auch nicht sprechen, du musst auch nicht in den Chat schreiben, das ist alles freiwillig. Das ist erstmal so die Grunddinge, damit du da Bescheid weißt. Genau, also für wen ist denn dieser Workshop, ja? Und worum geht es dann auch bei dem Moneymagic Workshop? Also der Workshop ist für die, die, wir haben einmal die Gruppe sagen sie von Selbstständigen oder die dabei sind sich selbstständig zu machen und wo der Moneyflow noch nicht so da ist. Also wo du vielleicht wirklich schon weißt, welche Themen du da auch hast, dass du da Familienthemen, Arndthemen, etc. hast. Also das Finanzthema ist ja sehr weit gefächert und du machst vielleicht Geldrituale dies, das manifestierst und trotzdem läuft das nicht so richtig. Da ist noch so eine Unsicherheit da. Für die ist das. Dann haben wir auch die Gruppe sagen sie, die im Angestelltenverhältnis sind, die genau, wo die auch mehr Geld verdienen möchten. Also grundsätzlich geht es natürlich darum, dass du an diesem Workshop, also Grundvoraussetzung ist, dass du mehr Geld verdienen möchtest, ja? Mehr in der finanziellen Freiheit leben möchtest für diesen Workshop, ja? Also das ist erstmal die Grundvoraussetzung, genau. Und für die, die halt im Angestelltenverhältnis sind, die auch mehr in ihre finanzielle Freiheit gehen möchten und wissen vielleicht auch schon, Mensch, ich habe da die Themen, aber irgendwie verändert sich nichts, ich verstehe das nicht. Also die so ein bisschen stuck sind, ne? So ein bisschen festhängen, so wie auch bei den Selbstständigen, ja? So dieses, genau. Das ist da irgendwie das Gefühl, es geht nicht so vorwärts und so ein bisschen schon wirklich diese Zweifel und die Hoffnung auch verlieren, ja? Dass man so kurz davor sagt, ey, anscheinend ist das einfach so, ne? Oder was soll das jetzt, ne? Wieso funktioniert hier nichts? Ich mache jegliches Ritual, ich weiß, welche Themen dahinter sind, ne? Also für die ist dieser Workshop. Aber auch die dritte Gruppe ist für die, die ohne Job sind, ja? So genannt arbeitslos oder arbeitssuchend sind, ja? Je nachdem. Und, ähm, genau. Und da auch sagen, ich möchte jetzt hier aber auch in einen Job gehen, ja? Der, wo wirklich jetzt hier, bam, ne? Die finanzielle Freiheit kommt, wo es Spaß macht, wo ich Freude habe, wo ich frei bin, wo ich auch selbstbestimmt arbeiten kann, je nachdem, was deine Werte sind, ja? Diese drei Gruppen, für die ist dieser Workshop, ja? Das heißt, es geht darum, dass es eben schon, also sie sagen schon, es sind schon welche, die schon wissen, wo ihre, also es ist jetzt nicht so der totale, wie soll ich das sagen, der totale Anfänger-Workshop, ja? Also du weißt schon, wo deine Mindset, ähm, Mindset, also Money-Mindset-Themen sind, was da so deine Geldblockade ist, das denkst du zu wissen, ja? Äh, sie sagen auch gerade so, ne? Das, wie man, ähm, vom Umfeld das mitbekommen hat, etc. Das weißt du schon, aber es gibt da noch irgendwas, was noch wie so blockiert und du kannst es aber nicht so richtig greifen, ja? So sagen sie mir das, ne? Also ich channel das auch gerade durch, ja? So kriege ich die Botschaften durch. Und du kannst es noch nicht so richtig greifen und nicht richtig zuordnen, ja? Und wie gesagt, da kannst du Selbstständigkeit sein, du kannst die Selbstständigkeit auch dabei sein aufzubauen, du kannst ein Angestelltenverhältnis sein und du kannst auch arbeitssuchend sein, ja? Genau. Und, äh, dafür ist dieser Workshop da, ja? Was machen wir jetzt in dem Money-Magic-Workshop? Genau. Wir schauen nämlich da genau rein, also erstmal sagen sie mir, ist es so, dass ich erstmal Botschaften durchbekomme, eben für die Gruppe, was für die auf jeden Fall wichtig ist, damit du da eben rauskommst, damit dieser, dieser Geldfluss, die du dir wünschst, diese finanzielle Freiheit auch zu dir kommen kann, ja? Weil irgendwo ist da was, wo du es dir nicht erlaubst. Irgendwo ist da was versteckt in unserem Unterbewusstsein, ja? Wo du es dir nicht so richtig erlaubst. Und da, genau an diesem Punkt gehen wir hin, in diesem Workshop, ja? Das heißt, ich kriege dann erstmal so diesbezüglich Botschaften durch, also ich mache so ein Channeling, ja? Was eben für euch, also für die Teilnehmer eben wichtig ist zu wissen. Dann sagen sie mir, leite ich ein, ja wie nennt man das, eine Meditation, aber auch ein Healing, sagen sie ein. Also ihr werdet dann dahin geführt zu eurem Punkt, ja? Zu dem Punkt, was sich da irgendwo noch blockiert festhält oder du dir selbst eben nicht erlaubst, in diese wirkliche Freiheit zu gehen. Und dann, aber wir bleiben nicht auf dieses Negative konzentriert. Es ist ja nur wichtig, dass wir das einmal wirklich von diesem Unterbewusstsein hochholen, ne? Weil es ist wirklich ziemlich versteckt. Sie zeigen mir das an. Es ist wie so Schublade über Schublade und da ist noch eine Schublade. Oder kennst du diese, diese Kisten, die man auspackt? Da ist noch eine Kiste und noch eine Kiste drin. So ist das, ne? Es ist wirklich ein ziemlich versteckter Punkt, ja? Und, genau. Dafür führen wir dich dann hin. Also wie meine ich jetzt mein Team sozusagen, ja? Führen wir dich dann hin, oder führe ich dich dann hin als Kanal, ja? Und dann kannst du dir das eben anschauen. Jetzt für die, die sagen, Bonny, also so Meditation selber was anschauen. Das ist überhaupt nicht meins. Da habe ich Angst, dass ich, also da bin ich noch nicht so im Selbstvertrauen, dass ich da irgendwas nicht wahrnehme. Ist nicht schlimm. Weil danach ist es nämlich auch so, dass du eben, wenn du dann eben Fragen hast und gesagt hast, ich habe da das gesehen oder das gesehen und kann es nicht so richtig zuordnen, kannst du diese Frage stellen. Entweder schreibst du es in den Chat hinein oder du sprichst in die Kamera hinein. Wie gesagt, das ist freiwillig, ja? Das kannst du alles im Nachhinein klären, äh klären sozusagen, Fragen stellen und dann kann alles geklärt werden, ja? Also keiner soll aus diesem Workshop mit Fragezeichen rausgehen, ja? Das ist der Sinn der Sache, ja? Bitte nicht, bitte nicht. Bitte hab ruhig den Mut, entweder in den Chat eine Frage zu stellen oder so die Frage zu stellen in der Gruppe, ja? Genau. So, und dann passiert nämlich noch eben ein Healing, dass wir das eben unterstützen auch. Also das, genau, das läuft dann auch danach sozusagen mit dem, wenn wir den Punkt gefunden haben, kommt, lies dann auch dieses Healing durch, ne? Also das zeige ich dir dann auch, was da gezeigt wird, was da passiert, etc. Und genau, im Endeffekt geht es darum, sagen sie auch wirklich, du gehst damit ein Gefühl raus, das fühlt sich frei an. Also ich kriege das richtig auf dein Herz, das fühlt sich auf einmal so frei an, wie so eine Erleichterung. Boah, endlich, endlich ist es, endlich bin ich das los, ja? Was mich für die ganze Zeit zurückgehalten hat. Also es fühlt sich wirklich wahnsinnig frei an, ja? Und darum geht es bei diesem Workshop, wirklich diese, diese sogenannte Geldblockade, die da noch ist, die da wirklich so versteckt ist, wirklich eben zu finden und bam, ne? Auf mit dem, mit dem, mit dem Pfeil direkt zu treffen und sagen, so, und jetzt tschüss, ne? Jetzt dürfen wir es loslassen, ja? Genau. Und darum geht es bei diesem Workshop. Es ist natürlich auch, also warum ich den auch kreieren durfte, ist, dass es auch darum geht, dass es vielleicht der eine oder andere gibt, der sich eben keine Akasha-Lesung komplett leisten kann. So eine finanzielle Finanzlesung gibt es ja bei mir auch zum Beispiel Akasha-Lesung, der sich das nicht leisten kann. Genauso habe ich ja auch den Money-Mindset-Kurs, ja? Der über fünf Wochen geht, wo man sich das vielleicht auch nicht oder sich nicht zutraut, da in die Leistung zu gehen, weil es ja doch für den einen oder anderen schon viel Geld ist, je nachdem, ne? Und deswegen wurde, oder sollte ich auch diesen Workshop kreieren und die Teilnahmegebühr sozusagen, der Energieausgleich beträgt 44 Euro. Was jetzt auch wirklich, ähm, du dir selbst auch wirklich wert sein darfst, weil es ist wirklich eigentlich nicht dafür, was da alles passieren wird, nicht viel Geld sozusagen, nicht viel Energieausgleich, was da fließt. Eben wenn du sagst, ich will das probieren und du trotzdem ein bisschen skeptisch bist, also ich kriege gerade rein, gerade die Skeptiker hier, die jetzt hier zuschauen und denken so, naja, so ein Schwachsinn, ne? Probier's doch einfach mal aus, ne? Probiere es einfach aus, ja? Genau, der Workshop wird auch aufgezeichnet, das heißt, wenn du an den Tag nicht können solltest, weil vielleicht auch, du merkst so, boah, die Kinder schreien oder sonst was oder da ist so eine Unruhe oder irgendwas passiert, gar kein Problem, der wird aufgezeichnet und jeder kriegt diese Aufzeichnung zugeschickt, also ob du live dabei bist oder ob du live dabei bist und du dir den nochmal anschauen kannst, du kannst ja die Übung dann nochmal machen, die wir da machen, die energetische Übung, genau, das kannst du alles nochmal anschauen, ne? Also das ist wirklich alles ganz, ähm, ja, entspannt auch, also es geht darum, dass du dich auch entspannst, das soll ich jetzt nochmal sagen, nicht, dass du da angespannt sitzt, ne? Aber auch gerade eben für die Skeptiker, probiere es doch einfach mal aus, ne? Und je nachdem, da kannst du ja auch beobachten, was dann in den nächsten 1, 2, 3, 4 Wochen passiert, ja? Und da vielleicht irgendwelche Dinge auf einmal zu dir kommen, womit du gar nicht gerechnet hast, ja? Das ist nämlich auch möglich nach diesem Workshop, nachdem wir diese unbewusste Blockade aufgelöst haben, genau. Also ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf, ja? Und ich freue mich auch natürlich, wenn du daran teilnehmen möchtest und sagst, so, jetzt ist hier Schluss, jetzt möchte ich hier nochmal, ich habe schon alles probiert, aber das probiere ich jetzt gegebenenfalls einfach nochmal aus, ne? Und wirklich so, weil da ist auch eine Mentalität dahinter, ne? Weil du sagst, so, nee, und jetzt probiere ich das auch, auch wenn ich eigentlich denke, so, ich habe schon so viele Sachen gemacht und nichts funktioniert, dann trotzdem zu sagen, so, nee, jetzt probiere ich das, ne? Genau, und danach kannst du mich sonst auch natürlich nach dem Workshop kontaktieren, ne? Du hast ja dann meine Telefonnummer, also die hast du ja eh, wenn du daran teilnehmen möchtest, dann melde dich bitte bei mir. Unten in der Infobox findest du eben alle Informationen, so wie meine Telefonnummer per WhatsApp oder Telegram kannst du mir eine Nachricht schreiben oder wenn du noch Fragen dazu hast, kannst du eben auch nachfragen. Genau, am 10.12. um 20 Uhr findet der Workshop statt via Zoom. Wenn du daran teilnimmst, kriegst du natürlich den Link zugeschickt und, genau, geht voraussichtlich anderthalb bis zwei Stunden, also das ein bisschen einplanen. Wie gesagt, wenn du sagst, es geht irgendwie nicht an den Tag oder wie auch immer und möchtest aber trotzdem die Energie mitnehmen und das Healing mitnehmen und eben diese Energiearbeit, energetische Übungen sowie Meditation mitnehmen, wo wir da eben schauen, was da der Punkt ist, dann kannst du dich auch anmelden, du kriegst dann die Aufzeichnung zugeschickt und wenn du dann eben noch Fragen hast, dann kannst du mich gerne danach dann kontaktieren, genau. So, jetzt werde ich noch kurz, habe ich jetzt alles gesagt, die sagen ja, also habe ich wahrscheinlich nichts vergessen, ich hoffe nicht, ich werde mir nach einer 1.8, das habe ich gar nicht gesagt, aber ich hoffe dieses Mal hat es geklappt, also ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mit dabei bist, melde dich gerne bei mir und dann geht's auf in deine finanzielle Freiheit. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal, bis dann, tschüss!